In der britischen VUG spricht der Sohn von Königin Camilla über die aktuelle Krebsbehandlung seines Stiefvaters König Charles und verrät, wie es läuft. König Charles bekommt die bestmögliche Krebsbehandlung. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass König Charles, 75, an Krebs erkrankt ist. Im Interview mit der britischen VUG offenbart der Sohn von Königin Camilla, Tom Parker Bowles, 49, nun mehr Details über die Krebsbehandlung des 75-Jährigen. Krebs ist wirklich ein Bastard. Der König bekommt die beste Behandlung. Er ist ein großartiger und starker Mann, und man muss einfach weitermachen, erklärt Tom. Bei der Vorstellung seines neuen Kochbuches Cooking and the Crown soll er laut Express außerdem offenbart haben, dass der Arzt des Monarchen gesagt hätte, dass die Behandlung gut verläuft. Charles Stiefsohn betont jedoch auch, dass es nicht leicht ist, jemandem dabei zuzusehen, wie er eine Krebsbehandlung durchläuft. Der Gastrokritiker habe selbst seine letzte Freundin Alice Prokop im Jahr 2021 an der Krankheit verloren. König Charles, sein Stiefsohn hält sich aus Streit zwischen Prinz William und Prinz Harry raus. Camilla käme mit der aktuellen Situation aber zurecht, sie ist zäh, meine Mutter, sagt Tom. Außerdem erzählt er der Vogue, dass er in regelmäßigen Kontakt zu Prinz William und Prinzessin Kate stehe, nachdem die Dreifach-Mama im März ihre Krebsdiagnose bekannt gab. Der 49-Jährige verehre die beiden absolut, gab jedoch auch zu, dass er versuche, sich aus dem Streit zwischen Prinz Harry und Prinz William herauszuhalten. Der Sohn von Camilla möchte nur, dass alle glücklich sind.